Neue Informationen zum RPG Maker UNITE. Und die sind tatsächlich teilweise interessant. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und so überrascht bin ich dann doch nicht, dass die Informationen teils interessant sind. Gut, die Informationen wurden am 25. März veröffentlicht. Da hatte ich leider aber ein anderes Video schon lange geplant. Nämlich zum Community Event. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, rechts oben in der Infobox oder in der Videobeschreibung könnt ihr das finden. Schaut euch auf jeden Fall noch das Video zum Community Event an. So, aber nun zum RPG Maker UNITE. Da steht ein Haufen PBR, bla bla, erstmal im ersten Devlog. Das skippen wir einfach größtenteils. Geschrieben wurde der Text von einem japanischen VTuber. Ja, nicht so wirklich interessant. Übersetzt dann aber von, hier, Gacha Gacha Games oder wie die heißen. Und dann das übliche Gelaber hier. Runs on Unity, wissen wir schon längst. No programming knowledge required, wissen wir schon längst. Also keine Programmierkenntnisse werden benötigt, bla bla bla. Das gleiche Quatsch, was sie schon seit dem RPG Maker 2000 sagen. Ähm, aber es ist okay. Ähm, gut. Easy Implementation of In-Game Events through Event Commands. Das, ähm, klingt erstmal auch wie normales PR, bla bla, was seit dem RPG Maker 2000, äh, aufgetischt wird. Allerdings muss ich da kurz ein paar Worte zu verlieren. Nämlich, ähm, sind die Befehle jetzt scheinbar einklappbar, was natürlich für Übersicht sorgt, weil dann hat man alle Befehle auf einer Seite und nicht auf drei verschiedene Seiten. Und, aber auch nicht gleichzeitig alle Befehle, ähm, offen, sondern nur die, die man halt ausgeklappt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche Messages und ich brauche Characters, ähm, die Befehle, dann kann ich die beiden ausklappen und dann Eventen und die anderen Befehle eingeklappt lassen. Finde ich super. Ähm, ist auf jeden Fall eine gute Neuerung. Ähm, sorgt für Übersicht und das ist eine simple Änderung. Viel wichtiger ist allerdings, through, ähm, these, äh, visual-based game production mechanism, my English is very bad, ähm, äh, visuell basierte game-produktionsmechanismen. Ich verstehe darunter, es gibt leider kein Bild dazu, note-based scripting, verstehe ich darunter. Das wäre natürlich übelst geil, wenn note-based scripting verwendet wird. Falls das nicht der Fall ist und ich mich da jetzt irre, dann irre ich mich, aber an sich klingt auch der komplette Text nach note-based scripting. Ähm, kann natürlich auch etwas irreführend geschrieben sein. Ähm, ja, dann wird hier über den Editor geredet, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Klar, dass das Ganze jetzt modular angeordnet ist, ähm, das, ähm, ganz Interface, User-Interface. Ähm, vorher war das Problem, steht hier in dem Text, dass man halt immer nur ein Fenster gleichzeitig aufmachen kann und bearbeiten kann. Habe ich die Database offen, kann ich nicht gleichzeitig mappen. Habe ich ein Event offen, kann ich nicht gleichzeitig mappen. Ich kann nicht zwei Events gleichzeitig öffnen, etc. pp. Kennt man ja alles. Ich kann nicht die Database öffnen und ein Event bearbeiten. Das heißt, ähm, wenn ich mit, ähm, hier den gewöhnlichen Ereignissen arbeite, ähm, dann muss ich, ähm, jederzeit immer wieder hin und her switchen. War nervig. Und das ist jetzt nicht mehr nötig, weil man jetzt so ein modulares Design hat. Man kann die Menüs einfach auf der, äh, an der Seite, ähm, öffnen. Und gleichzeitig noch weiter mappen, das ist halt wirklich sehr gut, ähm, und natürlich durchaus modern. Hätten sie mal ein bisschen eher drauf kommen können, aber gut, lassen wir das Thema. Ähm, ja. Ja, aber coole Neuerung auf jeden Fall gefällt mir, weil ich habe mich in vielen Videos und Streams, äh, von mir immer wieder darüber geärgert, dass ich es eben nicht kann. Dass ich eben nicht einfach die Database öffnen kann und gleichzeitig eventen kann. Oder nicht gleich, äh, zwei Events öffnen kann. Gut, ob man zwei Events öffnen kann, das steht noch in den Sternen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, allgemein, dass es dieses, äh, modulare System jetzt ist. Das ist, das finde ich schon mal gut. So, dann, äh, the first, äh, RPG Maker in series to natively support a Full HD Resolution. Es wird halt Full HD Resolution, äh, supported. Ähm, und das native. Ich sag's mal so, das Hauptproblem bei den alten RPG Makern war ja eher das, äh, die ganzen Menüs, etc. Beim RPG Maker MZ und MV konnte man ja auch schon in Full HD Spiele machen, aber die Menüs sahen dann mega, ähm, schlecht aus, um es freundlich auszudrücken. Ähm, ja, dann wird hier noch geschrieben, wie schön das Wasser aussieht und so. Ähm, und da hier die Steinglases von der Kirche, oder Steinglases, ähm, etc. pp. Äh, ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, ja, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so beeindruckend, aber vielleicht täuscht das auch für mich jetzt. Äh, man sieht ja in dem Close-Up auch nochmal deutlich, vor allem bei dem Colosseum, wie krass das einfach 3D gerendert ist. Ähm, auch erstaunlicherweise, wenn ich das richtig sehe, ohne Normal Maps, ohne schöne Shader. Ähm, es sieht einfach wirklich aus wie ein 3D-Modell, einfach eine normale Textur draufgeknallt. Finde ich ein bisschen merkwürdig, ähm, weil ich halt Besseres gewohnt bin mittlerweile. Ähm, wie gesagt, noch schöne Materials und so, wo man halt auch wirklich die Risse in der Wand hat und nicht einfach nur drauf gemalt, aber gut, ähm, sei es drum. Hier die Mauer finde ich hingegen sehr schick, bis auf das grüne draufgesprayte Moos. Aber ansonsten finde ich die Mauer sehr schick, ähm, um mal was Positives zu nennen. Oder auch die Bodentextur sieht sehr gut aus. Ähm, sieht auch sehr unregelmäßig hier aus. Ich denke mal, das draufgesprayte wird man im Maker machen können, weil hier sieht das auch aus wie mit Blau draufgesprayt. Dass das nicht, ähm, übers, äh, auf den Teilsets schon mit drauf ist, denke ich mal. Sieht aber hier bei den Wänden halt einfach nicht so schön aus, finde ich persönlich. Aber ist okay. Gut. Ja, die ganzen Menüs, ähm, etc. sind natürlich dann wie gesagt angepasst. Ähm, dann gibt es noch ein bisschen, ähm, Frage-Antwort. Ähm, ob mehr Sprachen supportet werden, weil Japanisch, Englisch und, ähm, Chinesisch zum Launch bekommen. Da haben sie gemeint, ja, eventuell, maybe. Ähm, aber erstmal wollen sie das Ding quasi fertig haben. Ähm, und dann überlegen sie, ob weitere Sprachen kommen oder nicht. Also, darauf würde ich mich nicht verlassen. Wenn ihr kein Englisch, äh, Japanisch oder Chinesisch könnt, wobei ich glaube, dass ihr wahrscheinlich eher Englisch könnt, ähm, ähm, solltet ihr vielleicht beim RPG Maker MZ bleiben, weil der ist halt auf Deutsch. Ähm, ähm, can I use past assets and projects? Ähm, das wird verneint. Ähm, die Assets wird man, ja, natürlich anpassen können, ähm, dass die dann funktionieren, denke ich mal. Das wird machbar sein über Photoshop, GIMP, etc. Ähm, die Projekte, ja, das wird dann natürlich eine ganz andere Liga. Hier steht auch, dass man, wenn man schon angefangen hat mit einem Projekt im RPG Maker MZ oder MV oder was auch immer, dass man dann das Projekt erstmal beenden sollte, weil man es halt nicht importieren kann in den Unite. Gut, ähm, do users need to pay Unite, äh, Unity for usage of RPG Maker Unite? Ähm, da sind ganz normal gelten die, äh, Regeln hier für, ähm, für Unity. Wenn ihr unter, äh, 100, äh, 1000 Dollar im Jahr verdient, ist das Ganze free. Okay, also, wenn ihr in den letzten 12 Monaten über 100.000 verdient habt, dann müsst ihr dafür bezahlen, aber das Ganze sind dann auch nur 400 Euro im Jahr pro Seed. Ähm, sagen wir es mal so, äh, Entschuldigung, Dollar, 400 Dollar. Ähm, ich sag's mal so, wer über 100.000 Dollar im Jahr verdient, den tun die 400 Dollar nicht weh. Ich sag's mal ganz offen, wie es ist. Ähm, gut. So, ja, dann, ähm, komischerweise ist unter dem Frage-Antwort dann noch weitere Themen. Keine Ahnung, wer das sortiert hat, denkt nicht drüber nach. Ähm, ja, dann hier das Ganze, ähm, Default Assets wird's geben. Ähm, ja, auch nichts Neues. Und, ja, aber man sieht auf jeden Fall hier, wie quasi der Acta-Screen ist, aufgebaut ist. Der wird dann wahrscheinlich hier auf der rechten Seite sein. Oder vielleicht kann man ihn auch auspoppen, auf die linke Seite packen oder nach unten packen, etc. pp. Aber ich denke mal hier, dass, ähm, hier ist auf der rechten Seite dargestellt. Darauf wollte ich hinaus. Und, ja, da sieht man halt Max-Level und etc. pp., was man so einstellen kann. Was man halt eigentlich so im Groben schon kennt. Face-Icon, äh, Picture für den Kampf. Ähm, und dann Field-Character, etc. pp. Ähm, gut. Gut, ja, dann wird noch eine neue Funktion angeteasert. Aber ich mich hier komplett, ähm, zum Affen mache und irgendwas sage, was ich vermute, was dahinter steckt. Und dann am Ende ist es doch was ganz anderes. Lassen wir es lieber ganz sein und warten einfach auf den nächsten Devlog. Und schauen uns das Ganze dann an. Hier ist so ein pixeliges Bild. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Kann ich mir wirklich nicht erklären. Der Text gibt ein bisschen Hinweise. Aber, ja, wie gesagt, schauen wir uns an, wenn es so und soweit ist. Gut, dann würde ich sagen, das war es mit dem ersten Devlog. Und ich werde dann beim nächsten Devlog auch wieder drüber sprechen. Wird bestimmt sehr interessant. Ähm, gut, hier steht es auch nochmal. Äh, English Translation von Gotcha Gotcha Games. Und Minami-Yotuber, irgend so ein VTuber, irgend so ein Japanischer, hat halt den Text geschrieben. Wobei ich sagen muss, da hat bestimmt noch eine PR-Abteilung drüber geguckt. Oder er hat sich die alten PR-Texte, ähm, zum Vorbild genommen. Gut, Link, ähm, zu der Seite hier ist in der Videobeschreibung. Ähm, vergesst nicht abonnieren, ähm, liken und, ähm, kommentieren. Würde mich, äh, freuen. Und, das war es dann soweit. Schaut auf jeden Fall noch in das Community-Event-Video rein, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und, tschüss, Eli, bis zum nächsten Mal.